Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer und freue mich, dass du auch heute bei diesem Projekt wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir begonnen auf Feld Nummer 5 Gerste zu ernten, denn Richard Miller braucht hier unsere Hilfe und wir haben seinen Auftrag gerne angenommen. Allerdings konnten wir gleich feststellen, dass wir mit einem Drescher alleine 34 Hektar auf keinen Fall schaffen. Deswegen haben wir uns einen weiteren Lexion 8900 angemietet. Da wir mit dem Dreschen gut vorankommen, haben wir noch zusätzlich einen Auftrag auf Feld Nummer 16 angenommen, denn auch dort muss Gerste geerntet werden. Aber leider bin ich gegen Ende der Missionen auf zwei große Probleme gestoßen. Somit konnte ich die beiden Aufträge in dieser Folge nicht fertigstellen. Um welche Probleme es sich genau handelt, erfahrt ihr dann in einer der nächsten Folgen, denn dann hoffe ich auch, eine Lösung gefunden zu haben. Heute möchte ich mich gerne für eure Däumchen, Kommentare und euer positives Feedback bedanken. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weise ja ab und zu darauf hin, dass am Ende jeder Folge es eine Bauernweisheit zu lesen gibt. Und wer mir seine Lieblingsbauernregel in die Kommentare schreibt, wird von mir in einem Video erwähnt. Lieben Dank an dieser Stelle an den Danny. Er schreibt, fehlt der Knecht am Morgen ständig, war die Marktnacht sehr lebendig. Vielen Dank für den Kommentar, hat mich sehr gefreut. Also, habt auch ihr eine Bauernregel? Dann lasst sie mich wissen. Schreibt sie in die Kommentare. Und in einem der nächsten Videos zitiere ich eure Bauernweisheit. Nun wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Zusehen. Dein Baden Farmer. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.